die ist weg als er umgekehrt bei mir mal länger als bei euch und schlecht HH wir brauchen hier manchmal halbe Stunde um Serious Sam zu laden einfach rein da und Leute ich hab da einen netten Bug gehabt jetzt Serious Pack sehr schön das ist nicht das im Training die Stage Leute das ist aus dem Training noch nie gemacht das ist die Stage aus dem Training nur mit mehr Monstern ja und bei Nacht aber wir haben einen schönen Sternenhimmel dafür oh Bitches und Froggies das sind sowieso die lamesten Gegner ey ich hab mir heute noch den einen Partner mal an Aua erinnert ihr euch noch an diesen einen Raum wo unendlich viele Froggies kamen? ja wo du Killer ist da sagtest du auch ich seh nur noch grün Schleim war auch wirklich so boah ey man kann die Statue erlauben kaputt schießen man kann die Statue erlauben kaputt schießen ähh Alter geht's Leute vorsicht oh scheiße ich bin tot dafür hab ich wieder neuer das finde ich aber geil wenn man ein neues Board hat mal wieder aufgefüllte Munition Jo ich hab 998 Miniguns Ditto So ich muss jetzt wieder nachlaufen wow Vorsicht Minigun gegen Minigun Ach hier muss man auch dieses Rätsel lösen ja das ist die Training Stage ist ja lustig wow vorsicht unsichtbare Vaginas ein Creeper oh Raketen 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 yo yo sonst warst du glaub ich naja hier rechts muss man gleich nur aber ob man den Obelisken umschießen kann das wär lustig ich geh nach rechts und aktivier den Schalter wer macht das eben links ja ich geh nach links wo ist der Schalter äh in diesem in diesem Gebäude da drin sag ich wir haben hier eh viel zu tun ja ich hab meiner hat den irgendwie nicht aktiviert gerade so wow vorsicht grüner Typ aua 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 oh nein oh nein oh noch so ein Lava Vieh ich bin tot oh oh hier kommt alles wieder zusammen ey das ist ja ja ey das ist sowieso das übelste übelste Scheiß hier aaaaaa die schreien krieg ich voll die Gänsehaut weil das so ein ekliges Geräusch ist Creeper ja wo sind die denn? ich hör die nur schreien wo hatte ich denn jetzt nochmal Jus draufgelegt ah ok er war's oh vorsicht Leute jetzt kommen hier grüne die kopflosen grünen die Granaten werfen diese neue oder? wo? hier hinten in der Ecke und hier hinten ist auch noch Munition für Minigun Alter da oben ist grad eine Supernova am Himmel wo? da hinten ach das ist einfach nur ein Sternensystem ein bisschen komisches Sternensystem ne? habt ihr aktiviert? ja gut da hat sich auch was verschoben vorne ich will nur nochmal eben hier das Leben ja jetzt müssen wir halt nur noch hier hinten rein und den letzten Schalter aktivieren damit sich das ganze da mit Sand füllt das ist halt wie gesagt wie in der Training Stage ich kenne die Training Stage nicht von daher ich kenne die Training Stage nicht von daher ach du bist das ich dachte schon herr pinker Gegner oh hier sind Kanonfugeln hast du aktiviert Torben? ja gut dann können wir ja ok Leute wir können schon zurück jetzt spawnen draußen aber auch wieder Gegner oh jetzt schon wieder so ein hässliches Lava Vieh ey oh jetzt schon wieder so ein hässliches Lava Vieh ey weh weh er hat mich am Arsch wow ich weiß gar nicht wo ich hinschießen soll oh Leute ich wurde am Ausgang gespawnt ich geh schon mal ne oh scheiße Torben wieviel Punkte hast du jetzt eigentlich mittlerweile? äh fast 2 Millionen ich habe eine Million 400.000 hä ich bin schon drüben kommt ihr? ich höre hier gerade ein Schrein ja ich auch hä? wo ist denn der? oooohh oooohh egal lass ihn schreien ich komme rechts ist noch ein Schalter den ihr aktivieren müsst die anderen habe ich oh hier ist Munition für diese Laser Gun hab den Schalter rechts aktiviert ah hier ist noch einer ok jetzt müssten alle aktiviert sein oh schön Munition mein Gott ne boah er hat manchmal höre ich Monster und weiß nicht mehr wo die sind ok können wir? ich höre schon wieder ein Schrein ich hole aber immer hier Rüstung ach hier hä wer ist denn hier grad schon durchgerannt? wo? ah ne die stehen auf ich dachte schon hä sind die schon tot? die liegen hier rum und stehen dann auf warte ne Faye was na verarsche Aua Zombies Korpione Vorsicht überall Frösche ich drehe mich echt nur noch im Kreis und schieße rum ich hab ein Ankreuz die Schüsse passen voll zur Musik ey ok ja ganz ehrlich eigentlich ist das sogar gut wenn man hier stirbt weil sich die Munition dann eiskalt auffüllt ich sterbe aber lieber nicht hier hinten ist ne Tür im Eck also so ein Gitter ne doch nicht weil ist nur eine Lade oder wie auch immer da ok irgendwas fehlt hier noch was wir aktivieren müssen anscheinend das Ankreuz habe ich hier in der Mitte warte mal hoh oh das kommen gleich noch mehr Gegner ich weiß es nicht geht doch auf hä gerade gehen die nicht auf ja vielleicht muss die ich das aufmachen weil ich das Ankreuz genommen hab das wäre na Möglichkeit oh halt hier rechts oh scheiße war ja klar hier findet alles dunkel nein ich komm nicht rein jetzt kommt Gas oh was ist das Tränen Gas Alter ihr habt so viel Munition übersehen ne ja wir sind hier reingelaufen und sind jetzt in der Kamer jetzt ist alles voll gegast ich muss hier draußen ballern ja so ging wie das damals auch als ihr euch diese Geheimacht Kammer erholt habt und ich schon im Tempel war oh scheiße ey du kannst es dir denn ja auf dem Video angucken ja du siehst immer auf dem Video wie es so aussah alter ey wenn du hoch springst wird es dunkel uuuh dein Bad leuchtet übrigens voll ne oh jetzt das Gas wieder weg wow wie scheiße das ist ja richtig fies ey du siehst die Typen gar nicht du musst einfach nur um dich rum schießen siehst du die Leuchte in den Augen von den Vaginas wow fuck ey oh ein Glück geschafft tja Torben du hast den Spaß verpasst ich hab 1,4 Millionen Punkte wie viel habt ihr? ich hatte draus 2 Millionen 1,45 2 Millionen und 16.000 tja was nen Spaß hatten wir ne ich hatte meinen Spaß auch oh Vorsicht oh kann man nicht verschießen wow Bullen oh scheiße come on Bull ich wurde so hoch gesch- ah tatsache hat nur länger gedauert ich wurde jetzt so hoch geschleudert als ich dass ich durch den Aufprall vom Unterfallen gestorben bin boah oh die hasse ich ja auch ne diese komischen Dingens boah der spritzt hier seinen Lava Schleim rum aber die sind eigentlich gar nicht so gut die sehen nur schlimm um uns so Vorsicht Rennials bei uns fängt's grad übrigens anzuschneiden echt? ja Gott sei Dank hab ich Berufsschule sonst müsste ich morgen Winterdienst machen beziehungsweise was heißt morgen ey Leute hier links ist ne kleine Tür ne ich hol mir gerade Munition für den Raketenwerfer wo Vorsicht ok auch alter Slack schon wieder so bei mir jetzt geht's boah kommt hier mal rein Leute Leute hier geht's weiter ne schon hier ne wo ich bin hier links ey ich bin hinter dir ne nur so zur Info ne mein Killer ist ja eigentlich auch irgendwie so egal so kommst du? ja ich seh dich gar nicht ach da oh sind doch alle da schon wieder so ein schöner Platz oh die haben's drauf mit ihrem Klonen aber nur bis der Killers kommt alter was ist das denn ist das Wasser? Tatsache wenn das hier richtig viele Fische sind ich geh mal rein wir müssen hier garantiert irgendwas holen ich geh einfach draußen rum ja wow vorsicht diese hässlichen Fische ah hier sind nur Kanonenkugeln drin alter wie viele von den Fischen hier kommen aua draußen ist ein Skorpion und noch so ein Magmatyp ja Torben hier drin sind nur Kanonen ah ne das Becken geht da hinten noch weiter alter guck mal hier geht's runter hier ist dort ne Tür aufgegangen ne oh ja ich bin grad oben gegen den Magmatyp alter Kelas kommen wir unbedingt rein vereil dich meine Luftblase ist schon da meine Luftblasen Anzeige ich bin kurz aufgetaucht hier ist richtig viel Muni und Leben und alles okay ich glaub das schaffe ich noch ich hab jetzt noch halb voll boah diese Drecksfische ne boah diese Drecksfische ne boah das komm ich stell runter oh ich muss auf oh ich muss auftauchen oh weil ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben stirbt man sofort wenn man keine Luft mehr hat oder verliert man nur langsam an Leben man verliert langsam an Leben du musst Leerterste gedrückt halten dann schwimmst du schneller oh toll das sagst du mir jetzt wo ich noch 20 Lebenspunkte habe die Leerterste schwimm ich überhaupt nicht schneller doch nach oben schon toll jetzt hab ich nur noch 20 Lebenspunkte jetzt ist zu spät boah diese Fische alter ey scheiße das recht nach oben hin geht schneller ja boah scheiße alter Leute hier sind so oh hier draußen ist auch wieder party los ne ja aber ernsthaft diese Fische hasse ich ja auch wie die Pest ne also überall Kanonenkugeln Munition ok Analyze Leute hier müssen wir irgendwas finden also in den großen Haupttempel kommen wir nicht rein denn halt hier ist auch noch was ne wo hinter dem Tempel ich weiß links und rechts ne auf beiden Seiten ja wir brauchen aber irgendwas um da rein zu kommen und wir müssen dürfen nicht vergessen draußen war ja auch noch ne Tür ne ach Gott ja oh so viele Türen auf der rechten Seite ist auch noch was ja nicht immer glaub ich oh ok lass oh hier ist ne ganze Creeper Kompanie fahr da einfach mit der Minigun rein ok alter Torben ich seh von Weitem seh ich deinen Körper nicht aber nur deine komische Glaser-Gunder ey das sieht voll lustig aus ok ok habt ihr irgendwer was gefunden oder so zufällig Leute ähm keine Ahnung ankreuz irgendwie so boah Fische ich dachte gerade du wärst ein Feind äh äh ich ja ich bin nicht ich bin so ein grüner Typ nur kleiner mit ner Minigun ach nein ja du warst das ja wie kommen wir irgendwas brauchen wir um in den Tempel zu kommen fragt sich nur was ich wette irgendwas muss in dem Wasser drin sein oder hier war wirklich nur dieses komische Dinges ist grad schlecht was hier ist ein Tunnel hier ist ein Tunnel ja wollte ich grad sagen bin ich auch grad schwimme hier auch mal rein Torben kommst du mit zeig mir eben wo ja warte ins Wasser rein vom Tempel aus an der Seite ins Wasser ich bin grad am aufnehmen ah jetzt sind wir im Tempel drin ok das erklärt das ganze wartet Leute wartet wow Fische am Arsch hier ist ein Ankreuz ok ne und so ne Statue Gold Gold Armour Statue wow Vorsicht Aua Torben kommst du heute auch noch? ja ich bin unterwegs gut ah ne das ist Killers Alter hier gehts noch weiter ne alter am Arsch hier ist ein geht noch nicht da durch oder hier ist die Munition ja wahrscheinlich kommen wir da wieder zum Anfang schätze ich mal aber lass erst noch hinten raus gehen und gucken was da ist hä ach ne das war das Portal ich dachte schon das sah so aus so können wir Momentchen würd sagen wir gehen da gleichzeitig rein ok ich bin so weit wo ist Killers ja wir können jetzt durch Stargate springen boah ok oh nein Vorsicht Vaginas ohne Gliedmasken oh ne die hasse ich ja auch ne bei mir leckt es gerade irgendwie ein bisschen ist da bei euch auch ja hab ich manchmal auch von der vorne hatte ich das das ist immer unterschiedlich Vorsicht die Vaginas kommen auch gleich mit oh irgendwas hör ich hier so klappern hier auch ja so Skelette ja aber nur wo ich bin schon auf der anderen Seite Leute hier hinten ist wieder schön viel Munition und so jetzt ist es weg ah die sind unter Wasser hier unten sind die ach so dann lass sie da einfach scheiß drauf ne die Punkte hole ich mir boah das war die auch so viele Punkte wie komm ich denn jetzt hier durch wo durch ach da hinten ist Munition ich war wahrscheinlich auf der falschen Seite oder so ne da kam wir doch her da hinten ja von da wir müssen noch hin da hinten ist doch noch das eine Tor gewesen wir sind noch links abgebogen geradeaus war auch ein Tor da müssen wir durch boah das ist kompliziert ey ja wir musst du das Ankreuz dafür besorgen das ist alles logisch boah wartet eben auf mich Vorsicht Skorpion hinter euch und wenn ja sie ist immer tatsächlich einen tieferen Sinn oh mein Gott ja ich sage ja es geht nicht nur um Spanner man muss auch halbwegs strategisch denken ne an Kreuze sammeln und Türen finden äh verstehe ich nicht hä und so Punkte wurden zurückgesetzt ne ich habe eins kommen wir doch nicht ne aber warum äh oder unsere Zahl ist oben mittlerweile zu lang ah ne 5 Millionen nein 5 Komma keine Ahnung ich habe da die FPS Zahl ich sehe das nicht komplett ne 5 Millionen 225.700 haben wir jetzt was soll das eigentlich für ne Flagge sein? grün und rot? keine Ahnung Aua 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 Creeper am Arsch Die Flagge des Heiligen Zieres genau Bitches okay okay Ach nee das Tor geht schon auf kommt ihr? ich fühl nur gerade eben nochmal Lebensenergie und Rüstung ne die Rockets wow hier ist noch so ein paar Magma Typen wir sind schon drin ja ich mach die noch kaputt an wow na toll Vaginas 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 und ich bin fast tot oh wir sind alle fast tot und ich bin ausgesperrt auch nicht schon wieder am Arsch ich bin tot wir haben rote Zahlen sprichwörtlich oh fuck hier ist schon wieder so eine Riesenhalle und richtig viel Munition Leute hier links vom Torben nein jetzt hätte mich noch eine Fastertort kaputt gequetscht guck dir das an ich wette mit dir wir müssen wieder ins Wasser oh scheiße ich hätte mir die Bullets lieber liegen lassen sollen für später ach egal na ich hab jetzt auch nämlich voll 300 Zells jetzt habe ich auch 1000 für diese komische Lasergun ich hab 800 ich hab fast überall 999 Schicks hier geht's glaube ich weiter müssen wir dich jetzt zum Wasser holen ich geh ja noch in das Wasser und hol mir Munition ah ne Lebensenergie ist hier echt oh warte das brauche ich Leben brauche ich ich warte da wo es weiter geht auf euch bist im rechten Becken ich bin im rechten und gehe dann gleich ins zweite wo ist hier Leben da hinten wo du gerade reingesprungen bist so ja aber nur 1 ja aber damit kriegst du plus Leben also mehr als 100 ja ich habe aber nur 73 hier hinten ist noch Rüstung und Leben im anderen Becken ja so eine grüne Flasche ah ok ach du mal so und weiter geht's ne hier kommen wir her ich brauche noch blieben und so ok jetzt komme ich auch halte ich komme nicht mehr aus dem Becken raus ach einfach Leertaste drücken jetzt ja eigentlich macht er es automatisch ich hab mich schon warte mal eben ich schmeiße mal eben einen Toast den Toaster rein ich hab mir nämlich hier Gamer mäßig einen Toaster hingestellt ey warum stehst du auf seinem Kopf Torben so weiter geht's du hast übrigens voll die sexy Schuhe ne hast du das gehört er steht auf dich oh hier hat sich ein Portal geöffnet und ich bin ausgeschlossen ah ne ich komme mal eben zu euch so wow das ruft doch nach Fröschen wollte ich gerade sagen ha 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 ah in den Endgegner Endgegner wo ah ne wie viele Frösche wir töten müssen heißt das oh ok oh froggies mit dem kann man aber schnell und die Musik ey ich hab gehört gar keine Musik ich schieße viel zu laut die Musik soll nicht untergetreten hm das schießen ist auf jeden Fall zu laut für die Musik ich hör beides ich brauch keine Musik weil man hier fast sowieso nur am schießen ist grüner Schleim überall schalala jetzt weißt du warum die Verlage grün und rote ist das grün ist für Frosschleim und das rote ist für Blut hm na kelas hast du heute morgen auch schön frei und Dienstag nein oh Leute wenn ihr die komischen Puppen zerschießt kommt da Rüstung und so raus